Werte Kunden, heute präsentieren wir Ihnen den neuen Weidemann 1390 Stufe 5. Dieses Modell löst nun den bewährten 1380 ab und erfüllt die Abgasstufe 5. Es stehen drei Drehmomentstarke Motoren zur Auswahl, die alle kein AdBlue benötigen. Die Standardmotorisierung sogar weder einen DOC noch einen Dieselpartikelfilter. Mit 55 PS und knapp 200 Nm Drehmoment stellt Weidemann nicht nur einen der stärksten Motoren, sondern auch jene mit dem höchsten Regenerationsintervall und der höchsten Partikelfilterstandzeit seiner Klasse. Der geräumige, gefederte Fahrerstand bietet Komfort und Funktionalität und ist serienmäßig mit einer verstellbaren Längssäule ausgestattet. Das in Österreich produzierte Lugstein-Fahrerschutzdach ist ROPS-FOPS geprüft, wie auch die Kabinenvariante und das für niedrige Durchfahrten zur Verfügung stehende Klappdach EPS. Im Punkt zu Sicherheit und Komfort setzt Weidemann neue Maßstäbe. Somit gehört eine leistungsstarke automatische Parkbremse ebenso zur Grundausstattung. Sie aktiviert sich beim Stillstand der Maschine von selbst und löst sich wieder beim Gas geben. Markenkomponenten wie zum Beispiel der Rexroth-Antrieb bieten in beiden Fahrstufen die volle Schubkraft. Es handelt sich um einen sehr wendigen, standsicheren Radlader, der individuell auf den Kundenbedarf abgestimmt werden kann. Durch ein umfangreiches Ausstattungsangebot, welches durch eine riesige Auswahl an Anbaugeräten abgerundet wird. Untertitelung des ZDF für funk, 2017